Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es schon im Titel lesen könnt oder halt auch hier gerade seht, sitze ich mal wieder auf der Gazi und für die Leute, die wahrscheinlich mir schon länger folgen, kennen diese Strecke wahrscheinlich, ich bin nämlich auf meiner Poststrecke und ich muss auch sagen, ich habe heute das erste Mal Lederkombian auf hier, weil ja bis jetzt sind wir eigentlich immer nur in 3 gefahren bin und das ist ein richtig witziges Gefühl und ja, heute soll es eigentlich einfach da umgehen, ich habe sie jetzt vom Tausender Service geholt, habe sie jetzt kürzer übersetzt, habe einen offenen Luftfilter drin und den offenen Luftfilter Kastendeckel, original von KTM Powerpart und will heute mal mit euch so ausprobieren beziehungsweise euch so mitteilen und will euch heute einfach mal mitteilen, ob jetzt die Übersetzung, die ich jetzt drinnen habe, zu lang ist oder sogar zu kurz ist oder noch immer zu lang ist oder ja, weil wer weiß und ja Leute, ich habe heute nicht so wirklich geschlafen, das heißt und ich komme auch gerade von der Arbeit, das heißt, wenn ich hier so ein bisschen scheiße labere, entschuldigt es mir bitte. Und das erste, was ich sagen muss und das hört ihr wahrscheinlich auch, das ist der offene Luftfilter. Alter, das Ding ist übel. Alter, also das Ding ist echt übel. Alter, Downshift, Alter. Digger, das klingt einfach so geil. Und ja Leute, ich habe heute kein externes Microphone ausgerufen, das heißt, alles, was ihr gerade hört, ist einfach nur motherfucking Airbox. Alter, das klingt so krank. Und ja Leute, ich habe auch schon das ein oder andere Verlust zu beklagen, ich habe nicht mal einen Seitenstander angeschliffen. Ja. Ich glaube, ich muss die Karre doch noch ein bisschen höher legen und natürlich auch eine härtere Feder wird früher oder später auch reinkommen. Für alle, die es jetzt wieder meckern, ja, das Fahrzeug ist erkannt, ich habe das Gericht eingestellt. Ich weiß, mir macht es trotzdem Spaß. Nichts. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich hoffe, ich habe gerade mal ein bisschen Sound genossen. Und da war wieder mal der Leerlauf. Wer kennt's? Wer kennt's denn nicht? Aber kurz mal zum Reifen. Ich muss ja sagen, ich hatte den, für alle die Leute, die mir so eh schon ewig folgen, die wissen es eh. Ich hatte den auch auf meiner 125er Duke. Und ich muss halt einfach sagen, der ist krank. Der ist schon geil. Und ich bin mal gespannt, wie lange er hält. Denn, ja gut, die ersten 1000 Kilometer, da darfst du uns rechnen. Aber da bin ich gefahren wie eine Pussy. Aber auf jeden Fall, Leute, die Karre ist jetzt übersetzt. 14 zu 45. Original ist 16 zu 42. So. Ich muss aber auch sagen, geplant war eigentlich ein 15er Ritzel zu fahren, statt einem 14er. Das Problem ist, passt mit der Kette nicht, wenn ich hinten 45er Kettenrad fahren will. Und nachdem ich halt jetzt keinen Bock habe, die Karre gerade 1000 Kilometer um, direkt neue Kette zu kaufeln, dachte ich mich, probiere jetzt mal das 14er Ritzel. Und ich muss sagen, die Karre läuft noch immer 180. Man merkt halt oben raus, du quälst die Bude eigentlich mehr, als dass du fährst. Aber so unten raus, ja, ist schon krank. Und auch, was ich sagen muss, der offene Luftfilterkassendeckel, erstens, sie hat jetzt hin und wieder mal ein paar Fehlzündungen, hatte sie vorher nicht, also mit dem originalen Luftfilterdeckel. Und da war eine Fehlzündung. Ich muss schon sagen, Drehmoment um, raus, alleine durch den Luftfilterdeckel, das ist so minimal, aber man merkt es, und das ist hart. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass so ein Noob, wie ich, das überhaupt merkt, müssen das schon so ein paar Newtonmeter mehr sein. Denn ich glaube, sonst würde ich da gar nichts merken. Aber man muss natürlich auch sagen, viel macht der Sound. Also du denkst dir jetzt echt, die Karre marschiert wie Sau. Einfach nur wegen dem Ansauggeräusch, schaust du auf den Dachau bis zu 120. Es sind halt noch immer nur 75 PS. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger, halt jetzt wegen der offenen Ansaugung, weil es ja halt darauf nicht abgestimmt ist. Und ich muss halt schon sagen, ich glaube, ich werde längerfristig auf dem 15er Ritzel umbauen. Also es ist schon geil so, aber ich glaube, mir ist die Karre wirklich ein bisschen zu kurz übersetzt. Denn, Alter, ich kann in der Stadt jetzt einfach in den fünften fahren, mehr 50er, ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ja, nur das Problem ist halt, ich fahre nächste Woche ja in Schwarzwald. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, bin ich sogar gerade in Schwarzwald, wer weiß. Und da ist halt einfach jetzt aktuell so die Sache, ich weiß es nicht, ob ich bis nächste Woche noch eine neue Kette herbekommen würde. Und deswegen muss ich halt aktuell so fahren. Ich habe jetzt gerade das 14er Ritzel um. Und wenn man so im Netz schaut, eigentlich jeder fährt ein 15er. Und ich glaube, das wird halt schon einen Grund haben. Naja, das rede ich für einen Scheiß. Natürlich hat das auch einen Grund, dass jeder 15er fährt und kein 14er. Nur halt, wie gesagt, es passt einfach nicht auf die Originalkette. Gut, was eigentlich auch logisch ist, was man sich auch vorher denken hätte können. Denn man muss halt einfach sagen, das Original ist ein 16er Ritzel und hinten 42. Und ich habe jetzt einfach ein 15er Ritzel, wollte ich drauf bauen. Und hinten 13er mehr. Also, dass das jetzt nicht so 100% passt, ja, ich glaube, das war eigentlich allen klar. Ich muss aber auch sagen, am Anfang wollte ich eigentlich ein 44er Kettenrad fahren, kein 45er. Nur auch nirgendwo lieferbar. Das ist schon wieder eine andere Sache, gell? Ja. Das heißt halt, wie soll ich das jetzt sagen? Die Übersetzung wird definitiv sicher nochmal geändert und ist keine Dauerlösung. So das wollte ich sagen. Ich meine, natürlich, ich glaube, wenn man viel Wheelies machen würde, dann wäre die Übersetzung, die was ich jetzt gerade fahre, sicher sehr, sehr geil für diejenige Person. Nur, nachdem ich keine Wheelies kann, noch keiner kann, sagen wir es mal lieber mal so. Aber ich muss jetzt schon sagen, ich fahre ja das Ding aktuell eigentlich daily. Also, ich fahre damit relativ viel durch die Stadt und so. Und dafür ist halt die Übersetzung einfach geil. Also, das kann man ja noch anders sagen. Dafür ist halt die Übersetzung einfach gemacht, gell? So, ich glaube, wir holen den Wappler da gleich einmal. Also, der Quickshifter wäre so schon. Also, ich hoffe, es muss man schauen. Ich hoffe, es muss man schauen. Ich muss schon sagen, die Übersetzung, wenn man nur ballert, so wie jetzt gerade, dann ist es geil, gell? Wenn man nur so zum Touren fahren, ist halt diese Übersetzung echt nichts. Weil, wenn man 100 kmh fährt, ich meine, ich kann es euch ja gleich einmal zeigen. Aber da dreht das Ding halt einfach echt einen Tick zu hoch, für meinen Geschmack. Und ich glaube halt, wenn ich mir da wirklich das 15 Ritz da draufkneue, dann würde ich, glaube ich, auch passen. So, ich fahre jetzt 100, die Drehzahl sagt. Na, warte, Sekunde. Schau, wir sind jetzt bei 5000 Umdrehungen. Bei 105 kmh. 104 kmh. Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch normalerweise so eine 96 dreht. Ich müsste einfach mal den Bruchspiloten fragen, wie hoch seine dreht. Und für meinen Geschmack ist das etwas zu hoch. Aber man muss schon sagen, die Soundkulisse, die ist jetzt krank. Also das kann man echt einfach nicht anders sagen, aktuell. Die Soundkulisse ist krank. Aber an dieser Stelle seid auch mal wieder ihr gefragt. An die Leute, die eine 690 SMC-R fahren oder eine 701 oder vielleicht auch eine Gaspass. Haut es mal in die Kommentare, welche Übersetzung ihr fahrt. Dass ich weiß, ja, wo ich mich so orientieren kann, was ich mir, wie ich sie übersetzen soll. Denn ich habe mir das jetzt einfach mal so bestellt. Weil ich halt von dem einen Shop auch noch einen Gutschein hatte. Und ich dachte mir, komm, fuck it, bestelle ich einfach. Es kann natürlich auch sein, dass ich das für die nächste Woche, also wenn ich nächste Woche nach Deutschland fahre, einfach wieder ein bisschen umbauen werde. Denn ich bin ja auch am überlegen, ob ich vielleicht hinten das Kettenrad, nochmal das originale Kettenrad probiere. Und einfach das 14er Ritzel. Oder das originale Kettenrad und einfach das 15er Ritzel probiere. Hm. Bin ich noch ein bisschen zum Hin- und Herüberlegen. Aber ich sage mal so, Schwarzwald, da sind eh hauptsächlich Kurven. Also da fahren wir eh nicht viel gerade aus, Landstraße, sondern eher enge, zackige, gemütliche, geile, enge Kurven. Und ich meine, wenn man sich das da so anschaut, ich meine, ich fahre da jetzt bei knapp 80 kmh. Im sechsten Gang, das geht da auch voll chillig. Weil ich meine, vorher war der sechste Gang, weil da hast du über 100 sein müssen. Weil er sonst wollte, dass die Karre einfach gar nicht haben. Für alle Leute, die jetzt auch so einen offenen Luftfilterdeckel haben wollt, ist einfach der von Cartium Powerparts, der passt, Abbaujahr 2012, genau. Da gibt es eh nur den einen, man muss ihn halt ein bisschen bearbeiten, die Kunststofflippe, die was oben drüber ist, gehört ein bisschen abgeschnitten. Aber sonst passt er, Plug and Play. Und natürlich, ich habe mir gleich noch einen K&N Luftfilter bestellt. Er ist auch drin, ja. Frag mich nicht warum, aber jedes Bike von mir hat einfach einen K&N. Genau, Leute. Und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, weil das letzte Video, so oder so mit dir, 25 Minuten lang war, ich habe in dem Video noch gesagt, ja, das ist sicher 13, 14 Minuten lang, gell, ja genau, 25 Minuten, dezent verschätzt, hätte ich gesagt, morgen jetzt einfach mal an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Video, wer weiß, vielleicht ist das nächste Video auch schon ein Video aus dem Schwarzhaut. Für alle Leute, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, tut das doch bitte, denn es kostet euch ja nichts und ihr würdet mich extrem supporten. Aber ja, Leute, ich hoffe, wir sehen uns in unserem nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute! Peace, Leute! Peace, Leute! Bis zum nächsten Mal.